Hallöchen! Das letzte Special ist ja schon ein Weilchen her, schließlich habe ich die 400er Grenze ausfallen lassen, aber jetzt zur 500er Grenze gibt es ein tolles Special mit Pannen vom Dreh. Na, freut ihr euch nicht alle wahnsinnig darüber? Und zwar gibt es diesmal welche zur zweiten Staffel, denn da sind wirklich unglaublich viele Sachen schiefgegangen und ihr hört jetzt eine kleine Auswahl davon. Viel Spaß! Ja, ja, ja. No, also, ähm, ich mag Kekse und mein Name ist, ähm, was war er noch gleich? Ich bin pink und eigentlich mehr lila und so fliedernfarbend, ja, und, äh, ich habe ein Einhorn und das ist pink. Unauffällig ließ sich ein eingeschmuggeltes Ass in der Jackentasche eines der Mitspieler verschwinden. Prompt sprang sein Nitzel. Nein, das wäre so schön gewesen. Ja, sie wurden sogar in Uglytown gesehen, wie sie sich mit einem Greifen beraten und mit... Ah, verdammt. Oh, Captain Tail, du enttäuschst mich. Ich muss nicht mehr enden schon wieder eine Fünf, Mann, was machst du denn für eine Kacke? Nein, ich muss nicht so sprechen, immer an den Kater-Spricher denken. Seit ich hier arbeite, hat nicht auch nur ein einziger unreiner Huf, jemals auch nur dieses... Mann, nein, ich habe ihn schon bald angefangen. Das Gebüsch unten raschelte und es war wie ein gezischtes Dada. Nein, nein, nicht Dada-Dada, sondern ein gezischtes Seufzen. Nein, und bedenke ich Broken Doom, so ist das auch besser so, Devious, Flah... Devious, oh ja, Alter. Devious, Devious, er heißt Devious. Chip war wohl nicht ganz dicht. Er kam mit gelben Stiefeln, einer glänzenden Sonnenbrille und breitem Auffallenden Gelb... Wer hat dieses Skript geschrieben? Ach ja, das war ja ich. Konntest du nur das Sterben? Aha, Daring Doe und der Verlass der Verdammnis. Es gibt kein Wort, das Verlass heißt, glaube ich. Er kam mit gelben Stiefeln, einer glänzenden Sonnenbrille und breitem Auffallendem Gelb-Grelben... Nein, Gott, Gelb-Grelben, Grell-Gelben, Gottverdammt, Mann. Seltsame Mist, Entschuldigung. Hehehe. Wirklich eine überzeugende Sache, ja. Wundervoll. Aha, Daring Doe und der Verlass der Verdammt. Verdammt. Er flehte das Gott an, ihn aufzunehmen, oder? Aufzunehmen. Shadow World Pain vom Pyrbrüro. Keine Zeit mehr, sonst verliert ihr ihn noch. Das war jahrelang so ein Monolog. Nein, geht los. Sonst verliert ihr ihn noch. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ach du meine Güte, wie sehen Sie denn aus, Sirs? Das hört sich an wie Arthas. Hallo Illy, wie siehst du denn aus, Illy? Willst du nicht deinem alten Kumpel Arthas auf die Schulter klopfen? Ja, sie wurden sogar in Aklai Town gesehen, wie sie sich mit den Greifen beraten und sich mit einem... Was zur Hölle ist das? Hey, ihr habt... Captain Bluetail, schon nicht zu sehen. Mensch, du, das ist echt lange her und ich würde dich echt gerne einladen auf eine Chasse Tee. Blaze würde in der Tat so zu... so zu... dann... Wie sie sich mit den Greifen beraten und sich einem Schangeling verbündet haben. Naja, hab ich... Ja gut, das hab ich, aber... Unterschätze uns Ponys nicht. Fuck Shit, Dreck, nein! Er kam mit gelben Stiefeln, einer glänzenden Sonnenbrille und breitem, auffallendem, gelb-gelben... Nein, dieser Satz, nein! Also, ich bleib... Also, ich bleib... Nein, doch... Wie könntest du nur Soldaten zerfährden, bei der in einer begrenzten Auffassungsaufgabe? Aufgabe... Ja, klar. Boah, dieser Discord ist echt ein sehr toff... Mann, vielleicht... Vielleicht... Vielleicht liegt die seine... Ja, wir sind hier, um Agent Smith zu bitten, uns Celestia zu bringen. Uns Celestia... Ja, uns zu Celestia zu bringen. Aber den Flügel über mysteriöse Krankheiten und Naturphänomene. Und Natur. Und Natur, hab ich gesagt. Greifen von Äckli Taulen! Äh, kommt mit der... Entschuldigung. Während sich hinter uns die Frontal... Frontal-ra-ra-ra... Nein! Und bedenke ich, Broken Doom, so ist das auch besser so. Divir's Fly... Slyer Scheiße. Arg! Ich hatte mein... Arg! Ich hatte meinem Indien-Architekten doch gesagt, er soll es dunkel lassen! Dich aufnehmen? Du bist ja lustig! Sprach Discord, denn er brachte... Scheiße! Ah! Nein! Dann hättest du gewusst, dass ich hier vor ein paar Wochen... Nein, das ist schon blöd. Chip indes sollte im Lüftungsschacht nach dem Kameramann... Nananana... Kein Pony darf die Bücher ohne ausgedrückte Mist. Morgen um diese Uhrzeit... Äh... Äh... Warte. Unmittelbar gegenüber von Trick, dessen Pupillen ganz gleich geworden... Ganz gleich geworden waren? Wat? Blaze würde in der Tat so tun, als gehörte er zum Sicherheitsdienst... Hm? Nein? Hey, hey! Nein, verdammt! Voll, 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 kurz, eine Pause. Hast du das getreten? Ich hab mein Nagelack abgekratzt, das ist scheiße! Das muss ich nachlackieren! Verdammt! Die Kameras laufen noch und wenn sie sehen... Hatte ich die Idee gelassen? Ja, scheiße! Als wir durch das nächste Portal eine weitere Ebene tiefer gingen, war Tra... Du wirst den Generator reparieren. Wenn ich es geschafft habe, mit... Haben... Geschafft! Das soll sogar gar nicht mal so schwer sein. Zumindest bei Ponys wie Chip, die... Moment, das war Ponys und nicht Ponys. Och, das hab ich schon zu oft gehört, das verliert... Selbst wenn sie zu Celestia gehen, kann sie unmöglich wissen, ja... Verdammt! Ach, gefangen nehmen... Ihr habt wohl vergessen, was... Ich hab wohl vergessen... Oh Mann, das ist ja... Das ist hart, oh Mann, oh Mann. Es kann keine Entschuldigung geben! In diesem, meinem Archiv, wurde eine älteste, alte Mist... Scheiße, nein! Nervig, aber bitte nicht zu nervig, bitte! Da ist ne Fliege! Da war ja ne Fliege! Oh Gott! Ich glaube, ich habe eine recht genaue Vorstellung, mit wem wir es hier zu tun haben. Mit was? Man, ey, hör auf, Hitlerlacht zu machen, du ist... Das war doch Trick! Wir gingen auf die beiden zu, die sich auf der Hausfassade unterhielten. Auf der Hausfassade? Ja, klar, sicher. Kann mal einer diesen Alarm ausschalten? Das kann ein... Kein... Nein. Neustart! Seit ich hier arbeite, hat nicht auch nur ein einziger unreiner Ruf jemals... Was ist das denn, warum? Ein Ruf! Yes! In your face, bitch! Nun, was hast du hier in Pony Will zu suchen? Will, will, show, for nil... Kacke! In Pony Will! Scheiße! Verflucht hast du Blutzeiil! Wenn ich hier rauskomme, mache ich dich platt! Das stimmt, aber ich glaube, dieser Schach hier... Schach! Die Chance... Mrs. Rarity, die in Aktion zu erleben... Die Chance, Mrs. Rarity, die in Aktion zu erleben, will ich nicht verpassen. Sie... Aha! Hm, wir werden ihn so wohl kaum kitzeln können. Seit ich hier arbeite, hat nicht auch nur ein unreiner Ruf jemals auch nur... Mann, was ist das denn? Nein, es kann auch nicht angehen, dass ich die Sätze so blöd zusammenreime. Ich wandte mich an Blaze, Trick und Chip und sah ihr in ihrer Reihe als... Oh, es ist super... Ich habe dir gezeigt, wenn man so... Ihr Vorangst, der zittert! Du wirst den Generator reparieren, wenn ich es geschafft habe... Schnellstens kamen wir zum Bahnhof zurück und da stand eine grüne Stute. Tatsächlich, da stand die, nicht die eine... Arrg, was zum... Oh, wenn ich hier herauskomme, dann falle ich Celestia in die Hufen rein. Einfach immer weiter, die hochstehende Sonne ignorierend. Den Sonnenort... Untergang drücken, Moment, was? Äh, Moment, worum geht's eigentlich? Du hast recht. Hetz mich nicht! Wir dachten, wir seien auf gutem Weg unsere Ernst... Ernstfeindescheiße. Genau, heuschlerisches Ob... Oh, was für eine Schande! Dann hättest du gewusst, dass ich hier vor ein paar Wochen diese alte Spelunke gekauft hätte. Wenn ihr mir in Deckung geht... Es trug eine rosa Fliege um den Hals und hatte einen Notschlüssel... Unter der Matte. Oh, Captain... Das war bedrohlich, wirklich. Eine grau-blaue Weste und einen braunen Desperado-Hut zusammen mit einem kleinen... Einer kleinen Mann. Gottverdammt! Hast du bei deinem abendlichen Mist? Also das nenne ich mal Desilusionieren. Das Wort ist scheiße. Verdammte Celestia! Wieso hat sie mich nur hierher geschickt? Ich für meinen Teil zog eine grau-blaue Weste und einen... Meine jugendliche Ausdrucksweise ist mein Machens. Immerhin hält uns das so fest. Er kam mit gelben Stiefeln, einer glänzenden Sonnenbrille und breitem, auffallendem Gelbgrill... Nein, nein, Gottverdammt! Frag lieber nicht. Wir haben auch schon... Fuck. Und dann habe ich... Wirklich ein Problem. Ah, vielleicht erst mal den Text lesen. Wir verließen also die Bibliothek und trabten eilig zum Verden... Oh, Captain Tale, du enttäuscht mich. Oh, euer Akent... Nein, ich kann so nicht sprechen. Diese Stute sah eins zu eins... ...eins aus wie wir reden am Fleisch. Zu hundert Prozent nur über uns Stühle. Außerdem würde ich schon sagen, dass wir Ponys recht... ...oooooh, allrakt. Verflucht das Blutheaaale! An einem Gebäude stand groß Saloon über der Tür und wir traten durch den zweiflügigen Torbogen ein. Kein Pony darf die a... Verdammter Drecksack! Genug davon! Ihr wollt'n nur wieder zah- zünden! Scheiße! Mit so g- da- all- all- all! Es geht nicht, dass ihr uns nicht in Ruhe ver- ah! Genau! Heuscherisches Subjekt, du! Aber ich glaube, dieser Schacht hier führt auf der anderen Seite wieder aus dem Berg rrrrrr! Ich sah mit den Haugen- Haugen, ach man! Ach! So ein einzelnes Hufband als an- äh- äh- Da- Mann! Hm, da ist doch was im Busch! Hm, verstehst du? Im Busch? Wie zaubert er? Was ist seine Magie? Du wirst- du wirst sterben! Fuck! Das ist keine Schacht, das ist eine fucking Schacht! Ja, das ist zumindest an- äh- 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 Hier kommen wir wohl der Sache- äh- äh- Einige Fuhre? Achso ein- äh- eine Fuhre, nicht einige Fuhre! Die Einwohner- äh- 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 ich kann das... Im Wich kann über- Und ihm folgen! Wo-hauch?! Wo-hauch!? Ich ging aber einfach weiter! Weil-da-la-la-la-la Er sprang vor ihr zurück, wo sa-sa-ba-da-da-ba-ba-ba-bla! Klar, dass man hier irgendwie auch an-a-a-ha-h- ja! Doch keine Spur von- ba-ba-ba-ba-ba-ba! Peril Phil wurde gesichtet, wie er nach Appaloosa flog. Also, flog, nicht... Nein. Oh scheiße, ich hatte einen Herzinfarkt. Oh scheiße. Vorzeitiges Folgenende.